Servus, mein Name ist Max Bahnsteiner und ich bin als Produktmanager bei Ortovox zuständig für den Bereich Rucksäcke. Heute möchte ich euch unsere neue Tourenrucksacklinie Ascent und das Airbag-System Averbeck vorstellen. Bei der Ascent-Serie handelt es sich um technische und ultraleichte Skitourenrucksäcke, die bis ins letzte Detail perfekt auf das parallel entwickelte Averbeck-System abgestimmt sind. Die Ascent-Rucksäcke gibt es in drei Volumengrößen, 22, 28 sowie 30 Liter. Hierbei wiegt die 22-Liter-Variante lediglich 830 Gramm. Das geringe Gewicht der Rucksäcke erreichen wir durch die Verwendung von extrem leichten, aber dennoch abriebfesten Stoffen. Zum anderen stand bei der Entwicklung die Reduzierung auf das Wesentliche im Vordergrund. Das heißt, wir haben auf allen unnötigen Ballast verzichtet. In Kombination mit unserem ultraleichten Airbag-System bieten wir Schutz und Komfort und das Ganze bei einem Gesamtgewicht von unter 2 Kilogramm. Das sensationelle Systemgewicht erreichen wir durch eine neue Verfahrenstechnologie, bei der wir den Airbag schweißen, anstatt ihn zu vernähen, sowie einer extrem reduzierten Venturi-Einheit. Dabei sitzt die Auslöseeinheit innerhalb der Venturi und bietet somit ein komplett geschlossenes, robustes und höchstverlässliches System. Das Ava-Back-Airbag-System ist außerdem herausnehmbar und somit mit allen anderen Ottovox Ava-Back-Rucksäcken kompatibel. Durch das aufgeschäumte 3D-Rückensystem wird die Last stabil und ausgewogen zwischen den Hüftflossen und den leicht gepolsterten Schultergurten verteilt. Der umlaufende Reißverschluss bietet einen schnellen Zugriff auf das Hauptfach sowie auf die Notfallausrüstung. Features wie die Seilhalterung, eine Pickelbefestigung und Skifixierung sind trotz des geringen Gewichts obligatorisch. Mit unserem Ava-Back haben wir einen Airbag-Rucksack entwickelt, mit dem nun auch die längsten und anspruchsvollsten Touren möglich sind. Untertitelung des ZDF. 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 Untertitelung aus hoffentlichen night- amenities afin deiner heimischen Geb folds auf die Presse. Untertitelung des ZDF fi integers졌 regionak�.